Ja, 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 Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Freunde, heute ist es wieder soweit. Wir spielen einen Deathrun um 100 Euro. Und ich habe einen aus der Community ausgesucht, der mich herausfordert. Und das ist der liebe Robin, aka Lila Bärchen. Hallo. Robin, sag mal, glaubst du, du hast eine Chance gegen mich? Ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wie... Ja, ja, ja. Das sagen wir mal alle, Leute. Komm. Achso, oh, ich dachte, der fängt schon an. Dann fangen wir mal an, Digga. Du weißt ja, ich bin der Beste in das Fun, hm? Ja, ja. Ja, 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 ja. So, oh mein Gott, Freunde, der Map, der Map, die Map ist gebaut worden, die Marek. Könnte gerne gerne abchecken, Freunde, oben ist der Mapcode. Ist ein Paint, 100 Level Paint, das Fun. Ich finde den, ich finde den Realtalk echt cool. Aber Robin ist noch gerade vor mir, von daher, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen, du weißt ja ungefähr, wie in das noch funktioniert. Ja, ja. Deswegen, oh mein Gott, Digga, okay. Okay, okay, Bruder. Irgendwas, ekelige Jumps. Ich würde sagen, wer zuerst bei Level 80 ist, gewinnt das Game. Warte, wir gucken mal, wie lange. Digga, hä? Ich dachte mal, ich dachte mal, wer drunter, ne? Ja, egal. Ja, richtig verwirrend gerade. Und Robin ist hier gerade echt wild. Ey, Digga. Echt der Rilt unterwegs. Hey, wo bist du denn? Ey, komm, hier bei den grünen Abbrüllen nicht weiter. Bruder, ich bin in so einer Maze. Das ist bock, ich schwö. Okay. Wir sind weitergekommen. Freunde, wenn ihr denkt, dass ihr die Möglichkeit habt, äh, was heißt die Möglichkeit, dass ihr den Skill habt, mich zu besiegen im Deathbound, Freunde, gerne, gerne euren Epic-Namen rein unten in die Kommentare, Freunde, und dann sehen wir den nächsten Mitspieler, wenn ihr überhaupt Kommentare schreibt, weil ich hab meistens immer nur 8-9 Kommentare, Digga. Ey, ja, unirrelevant, BK ist am Schweren. Und ihr könnt auch mal Kommentare schreiben, wie ihr mein neues Design findet vom Kanal. Ich hab jetzt mal den Banner und das Bild geändert. Da könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, wie ihr es findet. Und man geht nicht down, satisfying. Robin, du bist 4-Level hinter mir. Oh, Digga, ich fettfinger, gerade das Gra... Oh, Digga. Bro. Okay. Da kommen sie jetzt zu safe, gerade mal. Ja, alles gut. Wir sind hier aber auch gut am Start. So, zack. 2-Level hinter mir. Du musst halt... Oh, Mann, du musst direkt hinter mir, Bro. Ich würde sagen, bis Level 80 oder halt gegebenenfalls bis höheres Level, je nachdem, wie lange wir brauchen. Reflect, sagst du. Das ist ein DFPS-Ausreden. Ja. Mhm. Kleiner... Lügner. Kleiner... Lügner. Das geht, Dig, Dig, schwöch. So. Oh! Man kann doch downglen. Marek, du warst echt sympathisch, aber warum gibt es in diesem Desperate Sachen, wo man downglen kann? Hä? Ey, Digga. Diese Bälle da. Ja, da bin ich auch, da bin ich auch, da bin ich auch gerade die ganze Zeit gepellt jetzt. Okay. So, hier einsammeln. Ich kriege eine WhatsApp-Nachricht und ist nicht richtig. Oh! Ich finde schade, dass man, Freunde, ihr müsst auch mal Dings bauen, ey. Also die Leute, die Map-Creator unter euch, baut mal einen Slide-Death-Run, also einen Slide-Slide-Death-Run. Mit der neuen Funktion da, wo das man sliden kann. Und wir sind erst bei Level 31, Bro. Oh! Was? Robin, du bist ein bisschen weit weg. Was sagst du dazu? Ja, weißt du, FPS. FPS wieder? Ja, ja. Ah, ja. Das ist wild. Ey, ich höre hier ganze Zeit mein Handy vor meiner Fresse und ich sehe die ganze Benachrichtigung! Ah! Fast runtergefallen. Fast noch easy geschafft, Freunde. Dark easy going. Alter, das ist echt satisfying, das, was? Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Eigentlich gar nicht schwer, sondern eigentlich nur zu leicht. Leute, jetzt haben wir das Bauhaus-Logo umgedreht. Mensch. Level 36, Robin. Wo sind sie? Ja, 29 jetzt. Ganz schön schlecht. Ganz schön schlecht hier am Start, ne? Ich bekomme eigentlich immer 100 Euro von dir, wenn ich gewinne. Das Ding ist, es wird niemand geben, der besser ist als ich in Death Ones. Also no front. Die Reifen, ich schwöre, die Reifen gehen nicht. Die Reifen? Welche Reifen? Manchmal, du springst zu lange und sonst zu kurz. Ja, also ausreden, sagst du? Ja, ja. Das geht nicht. Ah, ja, ja. Digga, dieses Meme ist an mir vorbei. Vorhin allgemein, die ganzen Memes laufen so an mir vorbei. Auch dieses, dein Aquarium brennt oder dieses, ja, ja, ja. Anscheinend, ApoRed hier Meme-Meister geworden. Boah, nehmen wir hier den guten Weg. Kennt ihr diese, äh, kennt ihr, äh, kennt ihr Cringe? Kennt du diese ganzen Wege, äh, äh, ganzen, äh, Memes, äh, Robin? Ja, ja, ja. Digga, ich hatte gerade kurz, ich dachte gerade so, genau. Und heute, Freunde, heute ist Wochenende. Heute ist Wochenende, die schönste Zeit, die es gibt. Alle Leute aus der Community sind bis nachts im Discord. Und wir zocken alle zusammen. Also, wenn ihr auch mitzocken wollt, Freunde, könnt ihr gerne, gerne mal in Discord reinkommen. Ich packe hier mal vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, unten in die Videobeschreibung. Wenn ich es vergesse, dann bin ich einfach fett. Und das bin ich, aber das vergesse ich sowieso. Oh. Oh, Robin, wo sind sie? Digga, du bist, wie viele 16 Level weitergehabtst. Oh, und der ist ja, du bist in Battle Royale, Level 43. Deon, willst du sagen, wieso du so weit bist, Ute? Slide, hold, and hold, slide, down, und hold, wie, bro, mach ich, aber es geht nicht? Doch, es, hä? Slide, down, und hold, wie? Slide, down, und hold, wie? Okay, machen wir, Freunde. Jetzt geht's anscheinend, okay. Doch nicht. Slide, down, and hold, wie? Hä? Digga, das Level ist dafür gemacht, dass Robben mich überholt. Leute! Ey, das ist dieses Level. Bro, es ist bugged. Dieses Level bugged einfach. Hallo. Ja, das ist eine andere. Wirklich, Digga. Guck mal! Ja, ja. Freunde, was ist das? Ich will, das bugged auch. Ja, ja, sagen alle. Scheiße. Aber Freunde, ihr seht, das ist ja gerade selbst eine Aufnahme. Es geht nicht. Hä? Slide, down, und hold, wie? Okay, okay. Slide, down, and hold, wie? Jetzt halten wir es weh. Jetzt halten wir es weh. So, ich meine, hat ein Ventilator. Ja, ja. Ah, ja, ja. Ach, Digga, jetzt hab ich mich selbst hochgenommen mit dem Meme. So, zei... Okay, Bro, real talk, ich quitte gleich diesen Death-On, und wir machen einen anderen. Marek, was hast du da gebaut? Was ist das? Was gibst du mir, wenn ich zu dir komme und das first try schaffe? Dann... Bist du der coole, der coole, der coole Schweizer, ich hoffe, das ist drin. Sowieso, Robin, okay. Jo, wahrscheinlich, Digga. Freunde, es geht nicht, warum? Ja, okay, jetzt schaffen wir es. Zeig ich es noch, Morin. Oh mein Gott. Hier, wie... Freunde, es ist so random, wie der Slider, wie der Bumper ist. Nein, hab ich nicht. Und er überholt mich jetzt. Alle machen ein Auge auf mich. Robin, du hast ein komisches gesehen. Ey. Okay, Freunde, es ist einfach verbuggt. Schade, Marek, dass man sagt, dass die Leute auch mal die Map abchecken müssen, und die sind einfach verbuggt, weil man den Bumper einfach größer oder kleiner zieht. Freunde, ein Bumper ist verbuggt, weil man den kleiner oder größer zieht. Marek hat den kleiner oder größer gezogen. Warum? Warum, Marek? Endholte mich nicht. Digga, ey, überholt mich nicht. Ja, ey, überholt mich. Wenn er es schafft, Freunde, okay, dann ist es so. Oh mein Gott, Bro, entweder fliegt man zu weit, Digga. Es ist ja so... Hier, und nun? Und nun? Hallo? Es geht nicht. Ja, es geht nicht. Welcome, Digga. Welcome to Bug, Bug, Bug Nation, Digga. Ich hab's geschafft und Robin auch. Wie dumm ist das, Freunde? Real Talk, wie dumm ist das? Ich bin auch hinter dir. Oh mein Gott. Ja. So Robin, geh weg. Äh, äh. Äh. Was? Hä? Was geht ab? Ich dachte, man muss Pickaxen. Ich hält mich am Boden. Ich hab die Größen hohe... Was? Willst du eigentlich sagen, wie du so hohes Level bist? Nein. Ich hab mir Level gekauft. Das ist doch in Ordnung. Oh. 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 Ey, das geht nicht. Ich hab's geschafft. Oh, nein. Digga, ich bin down. Freunde, aktuell Season. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Es ist seit Langem einer der besten Seasons, die Fortnite rausgebracht hat. Um Längen einer der coolsten Seasons, überhaupt einer der coolsten Seasons, die Fortnite rausgebracht hat. Nicht, weil so eine Städte wie Shifty Chefs oder Greasy Group wieder da ist. Sondern... Sondern... Einfach... Es ist einfach alles... Es ist... Junge, das Spiel ist einfach wild. Oder? Was sagst du? Mhm. Einfach die Waffen, die sind... Wild. Ich sag immer noch, Control ist diesen bisschen. Nicht... Nicht eine eklige Shotgun, wo du dann... Wo er in deine Box rankommt und bist direkt down. Sondern... Oh mein Gott, Robin hat's geschafft, Freunde. Nein! Robin, bis Level 80 machen wir. Okay. So, weil die anderen Level müssen die Leute selbst spielen. Und mir dann ein Bild auf Instagram schicken, wie die das Lange gespielt haben. Was sagst du? Bei mir sind halt wirklich die Bumper verbuggt. Also wirklich, wirklich. GG, Freunde. Ja, GG an dich, Robin. Weil die Bumper verbuggt sind. Was heißt das noch wohin? Bro, das ist doch verbuggt! Das ist verbuggt, das ist einfach dein Glück. Was hast du vorhin in der Aufnahme gesagt? Niemand schafft es mich... Niemand schafft es mich... Ja, richtig. Bro, und wenn etwas verbuggt ist und du schaffst es fast try, weil es einfach random ist, dann hat es nichts mit Skill zu tun. Also, Freunde, das... Nee, das da oben geht auch nicht. Du springst zu weit oder zu wenig weit. Ich hab's geschafft. Ja, sag ich doch. Manche Sachen gehen einfach nicht. Die Ventilatoren da oben. Also, es kann auch sein, dass es halt ein Fortnite bug ist. Na, Freunde, es muss jetzt nicht am Creator, also am Marek liegen, Sondern es kann auch sein, dass die Map verbuggt ist durch Fortnite. Aber, äh, vielleicht überholen wir ihn ja doch. Hoppen, guck mal, dahinten ist McDonalds. Nein. Oh mein Gott. Ich hab mich so gesaved. Echt? Warum nicht du willst dich so down gehen? Niemals. Du willst dich so down gehen? Niemals. Oh, cringe, ich hab nicht gecroucht. Ach so, cringe. Ich bin da auch gar keine fein. Digga, was war auch ein Bait des Grauens, Digga. Vereinbarung der Zwitsen! Ich weiß das auch nicht, ich hab's aus Glück. Kommt dich noch mal weiter. Bro, ja, 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 ja. Bruder, wie fliegt man auch? Es wird jetzt schwer hier, oder was? Ja. Hab ich auch geil. Ich hab's geschafft. Ich hab' gehört, du bist der wildeste Neo-Spieler. Ja, ich hab's. Let's try. Siehste? Oh mein Gott, das ist Hexen. Oh mein Gott! Marek, warum ist nicht der ganze Desvon so? Ähm. Hä? 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 Bro. Ey, ist wieder so ein Random-Ding, Digga, ja. Okay, okay, Junge. Was ist das? Ich hab's nicht gesagt. Ja, Bro. Ich bin richtig geschockt. Richtig schmutz, Digga. GG an dich, Robin. Freunde! Was soll ich sagen? Keine Ahnung, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Mit daher hätte ich gar nichts machen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Freunde. Checkt Robin seinen YouTube-Kanal aus, der ist auch ganz unten verlinkt. Der macht auch immer so Highlight-Mylight-Video-Midio und so. Äh. So, dann sag's mir gleich, wo ich erst Geld schicken soll. Dann sehen wir uns gleich, Freunde. Ich auch. Gleich? Dann sehen wir uns morgen. Bis zum nächsten Mal wieder. Auf der Hand, Peace.